In unserer Berliner Praxis für Ergotherapie unterstützen wir Sie bei der Krankheits- und Alltagsbewältigung. Es ist das Ziel, die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, zu verbessern oder zu erhalten. Zur Erreichung dieses Ziels kommt in Abstimmung mit dem Beschwerdebild die psychosomatische Therapie, die Kinderbehandlung, die Handtherapie, das Neurofeedback oder eine andere ergotherapeutische Methode zum Einsatz. Kontaktieren Sie uns. Wir bieten Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe.